Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei ChimnHTV. Heute möchte ich euch mit euch, möchte ich euch mit euch, mit euch, mit euch, mit euch, mit euch, mit euch, eine neue tägliche Mission spielen und zwar Wissenschaft der Datenorganisation. Wir treffen Cholmé wieder. Offensichtlich ist ihre Hüfte wieder in Ordnung und sie braucht immer noch Hilfe. Letztes Mal habe ich ihr ja die in den richtigen Koffer gebracht. Mal gucken was es jetzt für Auswirkungen hat und wo diese Questreihe uns hinführt. Das wäre es fast. Ich hoffe diese Akten sind wirklich nützlich. Du bist immer noch hier und sortierst Akten. Oha ich freue mich dich zu sehen ehrenamtlicher Spitzenforscher. Ja wie von Herrn Raimundo angeordnet bin ich immer noch dabei die Daten und Akten zu ordnen. Halt ich habe das vorhin. Habe ich das nicht vorhin schon gesagt? Dieser Ort ist ganz schön groß. Es ist zu anstrengend für... Oh Moment das ist ja Paimon. Dieser Ort ist ganz schön groß. Es ist zu anstrengend für dich alleine zu arbeiten. Warum hat Raimundo niemanden geschickt der dir helfen kann? Das Forschungsinstitut hat im Moment viel zu tun. Das ist verständlich. Niemand Hilfe geschickt werden könnte. Dein Titel als Leiterin hilft wohl auch kaum weiter. Du meinst Leiterin der Materialgewinnung des Forschungsinstituts Fontaine? Bitte mach dich nicht über mich lustig. Ich war vorhin keine Leiterin. Von Anfang an war ich zu einer normalen Angestellte für die Sortierung und Akten zuständig. Nachdem ich von Herrn Raimundo hergeschickt worden war, um die Akten zu sortieren, gab man mir plötzlich diesen Titel. Mir wurde gesagt, dass Herr Scheuzel darum gebeten hat, weil er glaubt, dass unsere Arbeit sehr hart ist und dass sie hauptsächlich geschieht, um es uns zu erleichtern, mehr Zuschüsse zu bekommen. Ach, erzähl bitte es niemandem. Wie könnte ich das erzählen? Warte keine Sorgen, ich will es niemandem sagen. Es klingt doch nach einer guten Sache. Es spricht nichts dagegen, dass Leute, die hart arbeiten, mehr verdienen. Aber warum muss es auf so Umwegen geschehen? Wäre es nicht besser, die Vergütung direkt an alle zu zahlen? Im Forschungsinstitut ist das doch normal. Ach, ich kann leider nicht verstehen, was Herr Scheuzel und Herr Raimundo denken. Wie auch immer. Ich muss weiter arbeiten, es gibt noch viel zu tun. Ehrenamtlicher Spitzenforscher, willst du mir, wenn du willst, könntest du mir helfen? Natürlich. Ich habe keinen Grund, mich zu weigern. Dann helfe bitte die Flecken ringsum zu reinigen. Bitte versuche beim Sauermachen auch die Akten daneben nicht zu berühren. Oh. Es wäre eine Bescherung, wenn sie schmutzig werden. Okay. Dann überlasse ich das dir. Ich muss die Akten hier noch weiter sortieren. Was sind das so viele Akten im Institut kippt? Okay. Nicht berühren, ja? Wie zum Teufel. Also ich könnte, was ich machen könnte wäre, ich könnte. Okay, warte. Achso, warte. Äh. 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 Oh. Schon vorbei, oder? Ich f*** es ab. Ich f*** es ab. Okay, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig gemacht habe, aber... Ich danke dir für deine Hilfe. Ich weiß nicht, wie lange ich ohne deine Hilfe gebraucht hätte. Du hast es wirklich verdient, ehrenamtlicher Spitzenforscher zu sein. Egal, was du tust, du machst es so rasch. Ich war schon immer etwas Außergewöhnliches. Vielen Dank. Vielen Dank noch einmal für deine Hilfe, ehrenamtlicher Spitzenforscher. Bitte nimm dies. Bitte nimm diese. Nimm diese? Oh. Belohnung wollte sie wohl sagen. Oh. Okay. Äh. Keine Ahnung, ob ich das jetzt entweder aus Versehen richtig gemacht habe, oder ob man das gar nicht falsch machen konnte. Aber, naja. Sei es wie es sei. Wir haben auf jeden Fall Chameen noch mal geholfen. Und es riecht nach einer Questreihe. Und äh. Vermutlich werden wir, wenn das morgen weitergeht, dafür auch einen... Dings bekommen. Eine... Äh. Eine Errungenschaft. So, das wollte ich sagen. Okay. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Äh. Unsere Odyssee auf den täglichen Missionen geht weiter. Und ich hoffe ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschözen. Tschözen! . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020